Eine Düse zeigt auf eine Metallkelle. Zuerst zeigt die Wölbung der Kelle vom Luftstrom weg. Die Vorrichtung erfährt eine Drehbeschleunigung im Uhrzeigersinn. Nun wird die Kelle um 180 Grad gedreht. Dabei trifft der Luftstrom auf die Innenseite. In diesem Fall rotiert die Vorrichtung im Gegenuhrzeigersinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017